Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Zu einer neuen Folge Let's Grade und zwar im März, denn ich schicke einmal im Monat 5 Karten zu PSA über die PokeGio Dudes in der Hoffnung, dass diese den bestmöglichen Grade bekommen und ich somit meine Sammlung eurotechnisch erweitern kann. Welche Karten ich jetzt im März einsende, das zeige ich euch in dem heutigen Video. Wenn auch ihr eure Karten über die PokeGio Dudes zum Grading schicken wollt, dann geht ganz entspannt auf pokegeodude.shop, dann ab zum Grading und schon landet ihr auf der Übersichtenseite, wo ihr die Möglichkeit habt, hier bei TCGBike eure Karten zu PSA über den Service der PokeGio Dudes einzusenden. Aktuell ist das Besondere, dass ihr, wenn ihr 36 Karten einsendet, einen Preis bezahlt von 18,49 Euro pro Karte und das ist wirklich schon richtig, richtig günstig, wenn man das mal auch mit anderen auf dem Markt vergleicht. Und wenn ihr den Code BOXES am Ende im Warenkort eingebt, dann erhaltet ihr hier sogar noch 5% Rabatt auf eure Einsendung über die PokeGio Dudes zu PSA. Die erste Karte, die ich einsende, ist die von Bisaflor und Snivy. Diese Karte gefällt mir richtig, richtig gut, zumal sie auch einen richtig guten Zustand hat, zumindest das, was ich hier bei mir in der Sammlung so bewerten kann. Die Karte ist nicht allzu teuer, aber meiner Meinung nach gehen Gen 1 Pokémon immer erst recht die drei Starter-Pokémon. Bisaflor mit Sicherheit auch ein sehr, sehr beliebtes Pokémon, von daher, wenn ich Karten einschicke, dann schaue ich tatsächlich auch darauf, neben dem Wert der Karte, wie populär ein solches Pokémon ist, denn umso populärer, umso liquider. So ist der Gedankengang, den ich habe, falls man irgendwann diese PSA-Karte dann wieder abstoßen möchte. Wenn man sich die Karte Raw kaufen möchte, liegt der Kartenpreis hier so bei ca. 13 bis 14 Euro. Für eine Karte, die auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, finde ich richtig, richtig nice und ich bin gespannt, welchen Grade ich hier zurückbekomme. Machen wir weiter mit einer Karte aus Remix Bout und zwar mit der von Turtok und Piplup. Auch diese Karte gefällt mir richtig, richtig schön. Ich fand die Fullout-Karten aus Sonne und Mond sowieso extrem nice. Diese Karte kostet hier aktuell so zwischen 22, 50 und 25 Euro in Niermin-Zustand. In einer PSA 9 könnte man sie jetzt hier aus, ja ich sag mal, dem europäischen Ausland für ca. 100 Euro ergattern. Ich bin mir sicher, dass das bei Ebay noch günstiger geht. Und hier in einer PSA 10 für 150 Euro, auch das wird wahrscheinlich noch günstiger gehen. Nichtsdestotrotz, ich finde eine schöne Karte für eine Raw-Sammlung in den Binder, aber auch eine tolle Karte, wenn man sie in einem guten Grade bei sich in der eigenen Sammlung hat. Von daher schicke ich diese ein, auch hier der gleiche Gedankengang, ja Gen 1. Damit kann man relativ wenig falsch machen. Turtog sowieso mein Lieblings-Pokémon, deswegen ab dafür und ja, zusehen, schauen, welche Karte dann hier am Ende in welchem Grade zurückkommt. Auch der dritte Starter darf hier natürlich nicht fehlen mit Charizard und Ruthena. Auch das finde ich eine schöne Karte. Remix baut sowieso ein tolles Set gewesen, was sehr stark auch die drei Starter-Pokémon damals gefeatured hat. Richtig, richtig schönes Artwork, geiles Tag-Team, wie ich finde. Auch das war ja damals eine coole Konstellation zwischen zwei, ja, kontroversen Pokémon, die sich aber trotzdem sehr, sehr ähnlich waren. Richtig, richtig schön. Im Raw-Zustand gibt es diese Karte hier für circa, ja, 27 Euro aus Deutschland. In einer PSA 9 hier auf Kartenmarke für circa 60 Euro, in einer PSA 10 hier auf Kartenmarke für circa 75 Euro. Das ist, finde ich, auch ein richtig guter Preis und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Meiner Meinung nach ist die Karte in einem richtig guten Zustand, müsste also einen sehr guten Grade bekommen. Ich werde euch definitiv informieren, wenn diese Karte hier wieder zurück ist. Bleiben wir doch mal bei den Tag-Team-Karten. Jetzt aber eine Karte aus dem so tollen Set Tag-Bold. Auch das wieder eine richtig geile Tag-Team-Karte mit Pikachu und Zekrom als Fullart-Variante. 27 Artikel haben wir aktuell auf Kartenmarket noch gelistet. Preis aktuell liegt bei 35 Euro. Niermint aus Deutschland in einer PSA 9 hier bei 55 Euro. In einer PSA 10 bei 120 Euro. Punktuell kriegt man das mit Sicherheit auch noch bei Ebay oder wo auch immer noch günstiger. Ich schicke diese Karte jetzt einfach mal ein. Mir gefällt sie richtig, richtig gut. Insbesondere dieses Gelbe mit dem Schwarzen. Als leidenschaftlicher BVB-Fan hat mir diese Farb-Kombo sowieso etwas angetan. Von daher freue ich mich hier hoffentlich auf eine 10. Und wenn ich sie in einer 10 habe, dann werde ich sie wahrscheinlich auch behalten. Weil es einfach, finde ich, ein richtig coole Kombo ist zwischen zwei Pokémon, die gar nicht unterschiedlicher sein können. Auch diese Karte, die Pikachu und Zekrom-Rainbow-Karte schicke ich zu PSA. Habe sie bei mir in einem guten Zustand in der Sammlung. 19 Stück haben wir aktuell nur noch auf Kartenmarket hier verfügbar. Die Karte ist ein bisschen teurer als die, die wir gerade gesehen haben. 60 bis 70 Euro im RAW-Zustand. 90 Euro in der PSA 9. 250 Euro in der PSA 10. Von daher drückt mir die Daumen, dass insbesondere diese Karte mit einer PSA 10 zurückkommt. Ich feiere diese Kombo. Ich feiere das Artwork. Ich feiere auch die Rainbow-Karten aus der Sonne- und Mond-Ära. Bin da gar nicht so skeptisch wie viele andere. Von daher sind das meine 5 Picks im März. In der Hoffnung hier, wie gesagt, meine Sammlung ein bisschen mehr aufzuwerten. Hier nun jetzt nochmal die Karten, die ich über die Geodudes zu PSA schicke. Wie gesagt, mir gefallen die Karten richtig, richtig gut. Sind auch alle überwiegend in einem Top-Zustand. Bei der Pikachu und Zekrom-Karte könnte es vielleicht, ja, das ein oder andere Whitening geben, was dazu führen kann, dass sie keine 10 wird. Aber wer weiß, vielleicht schaut PSA auch ja nicht so genau hin. Und am Ende bekomme ich hier eine volle Ausbeute. Drückt mir die Daumen. Das waren jetzt die 5 Karten, die ich im März zu PSA über die Poco Geodudes schicke. Wie gesagt, wenn auch ihr Karten einsenden wollt, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Mit dem Code BOXES spart ihr nochmal 5%. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, wie verstaue ich denn jetzt meine besten und beliebtesten Karten. Ja, insbesondere dann, wenn ich auch immer auf Messen fahre oder auch bei unseren Community-Treffs, hatte ich meine PSA-Karten immer so lose mit dabei. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, meine Karten hier in diesem Koffer von Cardnex zu verstauen. Ja, auch hier haben wir ja eine Kooperation mit Cardnex, sodass auch ihr 5% sparen könnt. Nicht nur bei Acryl-Cases, sondern auch bei diesen TCG, PSA, AOG, Beckett, was auch immer dir da rein tut, Sammelkoffern. Hier seht ihr die unterschiedliche Auswahl. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt die Möglichkeit hier, wie gesagt, Schutzkoffer für 42 gegradete Karten zu wählen. Den Schutzkoffer für, ja, letztendlich 56 gegradete Karten zu wählen. Eine große Auswahl zu fairen Preisen. Und wie gesagt, mit dem Code BOXES spart ihr nochmal 5%, wenn ihr das denn auch möchtet. So sieht das Ganze dann aus. Ihr habt die Möglichkeit hier auf Knopfdruck aufzumachen und dann euch eure schönen PSA-Karten anzuschauen. Lasst uns mal gucken, was ich denn hier so reingesetzt habe. Wie gesagt, viele Karten, die mir gefallen, insbesondere die, die ich am liebsten habe. So ein paar aus Sonne und Mond, ein paar aus XY, aber auch ein paar Schwert- und Schildkarten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Wie jetzt hier zum Beispiel das Rai Quasa oder hier zum Beispiel das Nachtara. Also eine richtig coole Möglichkeit, seine Karten zu verstauen. Ich bin mega happy und habe sie jetzt noch mehr geschützt und kann, wenn ich auf Messen oder wo auch immer hinfahre, diesen schönen Koffer präsentieren. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert und kommentiert, ja. Was sagt ihr zu den Karten, die ich einsende? Ich sage wie immer, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.